heute willkommen bei bk investiert heute geht es um bitcoin cash und wir an eure bitcoin cash auch wieder rankommt mit hilfe des private keys ja ist quasi die fortsetzung von meinem video was ich damals gemacht habe eben vor dem vor wie man sich quasi den private key eben so sichert dass man später auch den an die bitcoin cash wieder rankommt das ist quasi die auflösung von dem ganzen ok legen wir auch einfach gleich los ich bin jetzt auf der startseite direkt von bitcoin cash das ist die hauptseite im prinzip und hier schauen wir uns die themen auf jeden fall exchange und wallets an das eigentlich ziemlich interessant und ja legen wir auch einfach gleich los wir gehen jetzt hier mal auf die exchange ein bisschen runter hier unten werden uns die ganzen exchanges angezeigt die zur verfügung stehen momentan ich glaube bittrex mit finex und kraken ist wahrscheinlich vielen begriff zumindestens mir die anderen sind mir kein begriff im prinzip habe ich zwar hier schon mal gehört aber im prinzip bittrex ist so auch meine hauptbörse genau das zu den bürsen da erzähle ich nachher auch noch ein bisschen mehr dazu ihr seht schon ich habe hier bittrex offen da werde ich nachher noch mal drauf eingehen jetzt soll es erst mal um die wolle jetzt gehen hier gibt es einige wolle jetzt die angeboten werden wer hier so einen ledger oder treasure usb stick hat der hat ein leichtes spiel und zwar ihr installiert euch einfach die passende wolle also bitcoin cash auf euren stick und schon habt ihr eure bitcoin cash also das geht eigentlich ziemlich leicht da brauche ich glaube ich nichts zu sagen weiter ist auch überhaupt nicht thema thema ist private key ich werde euch hier unten dieses elektron cash vorstellen wer elektron kennt von bitcoin dieser desktop wolle ich zeige euch die kurz die seite ihr elektron wer die kennt das ist quasi der ableger elektron cash eben für bitcoin cash genau das sind heute so ein bisschen die themen ich werde es versuchen kurz zu halten und relativ zügig und informativ durchzuziehen dass es nicht so lange dauert und deswegen legen wir auch einfach gleich los wir schauen uns kurz die komplette markt kapitalisierung an wenn wir mal gucken bitcoin hat sich wirklich gut gehalten erstaunlich eigentlich also für mich erstaunlich hätte anderes erwartet ich dachte er geht ein bisschen runter genau um den wert was bitcoin cash quasi ausmacht so viel zur theorie bitcoin hat sich gehalten und bitcoin cash haben wir quasi zusätzlich bekommen wenn man das jetzt mal zusammen rechnet wenn man sich den bitcoin gehalten hat und zusätzlich das hier bekommen hat gehen wir mal einfach mal von einem bitcoin aus hat man hier eben insgesamt an 3200 dollar ungefähr und das ist halt schon eine hausnummer was man da on top ja ich sage jetzt mal mehr oder weniger geschenkt kriegt sind ja dann doch um die 13 prozent oder was was man da zusätzlich eben hat genau okay wenn man jetzt hier zum beispiel ich bin jetzt hier bei coin market cap ich verlinke euch alle seiten die jetzt kommen auch die die hauptseite verlinke ich euch alles und wenn man jetzt hier auf bitcoin cash draufklickt kommt man hier zu dieser seite da ist auch noch mal der link zur hauptseite vorne und die beiden explorer dort kann man quasi die blöcke und die transaktion nachvollziehen und auch der die wallet balancen nachvollziehen das ist jetzt wichtig wenn man sagt okay man will eigentlich gar keinen zugriff haben auf die bitcoin cash ich will gar nichts transferieren ich will keine transaktion ausführen ich bleibe einfach nur wissen ob ich denn meine bitcoin cash habe oder nicht dafür reichen explorer vollkommen aus ich würde euch den zweiten explorer empfehlen den verlinke ich euch das ist quasi dieser blog dozer der andere finde ich ist optisch einfach schlecht gemacht denn kann man fast nicht erkennen zumindest ich auf meinem pc nicht der ist hier so ein bisschen ähnlich wie blockchain info bei bitcoin aufgebaut und hier eben der explorer für bitcoin cash hier oben habt ihr quasi diese suchfenster da gibt ihr einfach eure bitcoin adresse ein die ihr damals hattet und somit folglich dass die gleiche history ist bekommt ihr natürlich auch hier für bitcoin cash oder bitcoin cash adresse was ja dann die gleiche ist ich habe sie schon mal eingegeben dass meine bitcoin cash adresse hier liegen jetzt meine cash drauf 1,76 habe ich jetzt noch eben drauf gehabt über den fork habe ich die bitcoins gehalten und habe jetzt dieses ganze hier in bitcoin cash genau das reicht zum zuschauen ich mir reicht das auch weil ich mache jetzt die wallet eigentlich nur für euch weil ich mir ich werde momentan keine transaktion machen ich habe das ganze noch anschauen 1 2 3 tage außerdem warte ich noch auf bitrex da kommen aber nachher noch mal dazu ich würde sagen wir gehen jetzt direkt mal über zur wolle dass er wirklich jetzt das interesse hat und will unbedingt den zugriff haben auch für elektron cash hier ist die seite verlinke ich natürlich auch ganz klar hier schreiben sie auch generell wenn ihr irgendwas mit dem private key macht denkt dran mit dem private key habt ihr nicht nur zugriff auf die wallet von bitcoin cash sondern eben auch auf eure bitcoin wallet und die ist doch ein bisschen mehr wert also ich würde euch sicherheitshalber empfehlen weil es kann ja immer sein dass man mal ein virus auf dem pc oder merkt es vielleicht gar nicht oder man wird irgendwo gibt man was falsch ein wird gefischt oder man weiß es immer nicht was passiert auf jeden fall auf nummer sicher ist man auf jeden fall wenn ihr die bitcoins von der alten adresse wo wir damals den private key auch hatten gehabt haben die könnte jetzt wieder woanders hinschicken auf eine neue adresse von euch somit ist zumindest das schon mal nicht verbunden das heißt der private key mit denen habt ihr quasi dann zugriff zwar auf eine bitcoin adresse da ist aber nichts mehr drauf weil er es ja verschoben habt das heißt wenn jetzt auch jemand den private key fischt dann könnte er jetzt nur nach bitcoin cash klauen aber nicht mehr die bitcoins deswegen rate ich jedem verschickt die bitcoins an eine andere adresse von euch und somit seid ihr da schon mal aus dem schneider und euch kann da nichts mehr passieren ok schauen wir uns aber das mal an mit der wallet hier es kommen ein bisschen runter hier unten haben wir die ganzen betriebssysteme einmal windows einmal macintosh linux und android ja werden wahrscheinlich nicht viele benutzen deswegen ich habe mir hier das windows elektron cash 2.9 runtergeladen das ist die aktuelle ist die version momentan genau dann schauen wir uns auch direkt mal das ganze an und zwar gehen wir jetzt hier auf die elektron cash app oder auf das auf die software quasi auf die wallet wir sind jetzt hier schon bei mir drin ich habe das bei mir schon mal eingerichtet dann habe ich getestet quasi was wir jetzt erstmal von vornherein machen das programm ist auf englisch eingestellt also wir stellen das erstmal um und auch die währung ihr seht also ich habe mit sicherheit nicht 1765 bitcoins das ist schon mal falsch nicht dass er das denkt da stellen wir jetzt alles um damit es auch alles ordentlich angezeigt wird also wir gehen hier auf tools und auf preferences das sollte wahrscheinlich eigentlich settings sein was die einstellungen sind aber warum jetzt das da steht gut finde ich ein bisschen merkwürdig ist aber kein problem dann gehen wir hier auf experience und hier haben wir schon als ersten punkt language da gehen wir drauf gehen fast ganz runter das ist das viertletzte german und hier bei base unit das ist quasi die einheit nehmen wir nicht mbcc sondern ganz normal bcc und dann seht du auch schon hier oben hat sich schon was geändert 1,7 jetzt passt es auch wieder also ich habe doch keine 1000 schade eigentlich machen wir wieder close dann sagt er ok bitte einmal neu starten das werde ich jetzt eben schnell tun starten wir das mal neu damit er eben vorne diese oberfläche auf deutsch einstellen kann dafür ist jetzt der neustart notwendig dafür muss ich jetzt kurz mein passwort eingeben und dann sind wir im prinzip auch schon wieder drin so ok als ihr seht alles deutsch jetzt zeige ich euch wie man diesen private key importiert also ihr geht hier vorne auf datei genau neu und dann könnt ihr euch im wallet namen vergeben jetzt noch mal okay minus test dann gehen wir auf weiter dann sagen wir hier standard wolle das reicht vollkommen aus und dann sagen wir ok bitte benutzt den private key use private key das ist wichtig ansonsten funktioniert es nicht dann gehen wir auch wieder auf weiter und hier gibt es einfach diesen private key ein den ihr habt ich den gefallen tue ich euch jetzt nicht dass ich hier meinen private key reinschreiben weil sonst hatte ich mal bitcoin cash das macht ihr bitteschön bei euch immer jeweils selber wenn ihr das denn wollt und dann schaut das quasi so aus wie bei mir hier es könnte sein dass hier noch zahnräder stehen weil er das eben erst noch synchronisieren muss aber nach ein paar minuten ist das dann auch passiert und dann habt ihr hier eure wallet habt zugriff drauf könnt ihr verschicken könnt die versenden können im prinzip alles machen wie normal mit bitcoins auf einer bitcoin wolle somit ist der vollständige zugriff auf bitcoin cash gewährleistet ok gehen wir hier noch mal rüber dann schauen wir uns noch kurz das thema bürse an genau ich gehe jetzt mal auf bittrex gegangen mal bittrex ist so ein bisschen meine hauptbörse da ist jetzt eindeutig man sieht hier bitcoin cash wallet an der maintenance also hier ist momentan wird noch gearbeitet also es gibt momentan keine ein- und auszahlungen das funktioniert nicht ich weiß hier sind bcc drauf man kann sie auch handeln aber das ist von denjenigen die ihre bitcoins auf bittrex gehalten haben weil diese haben von bittrex die bitcoin cash einfach gut geschrieben bekommen und haben quasi ja in der bürse handeln können aber nur eben mit den bitcoins die auch oder mit dem bitcoin cash die auch drin sind und nur mit denen weil es sind keine frischen reingekommen es sind keine rausgegangen es ging gar nicht es war quasi eine insel insel trading so und das hat auch zur folge gehabt dass am ersten tag der preis teilweise auf 1000 und ich weiß gar nicht wo der stand über ich glaube bei 1500 dollar stand einmal kurzzeitig also das war schon ziemlich heftig war auch wahrscheinlich einer der gründe was nun passiert wenn die einlagen möglich sind das wird sich zeigen dann müssen wir mal schauen was da was da kommt ob der preis dann noch mal ein bisschen runter sinkt oder vielleicht auch nur temporär schwankt wird sich zeigen ich glaube keiner hat eine glaskugel und kann das vorhersagen das muss jeder für sich entscheiden was er da macht aber die jetzt dann wirklich da reinhaut und verkauft oder nicht ich werde ein teil muss wahrscheinlich ablegen weil ihr wisst ich habe jetzt habt ihr gesehen ich habe 1,7 bccs ist ein ziemlich großer wert für mich auch und ich habe ein altcoin portfolio und ich habe einen gewissen standardwert in altcoins und der ist aber bestimmt nicht so hoch deswegen ich werde da ein bisschen umschiften quasi ich werde bitcoin cash zu erhalten aber eben nur in meiner standardhöhe und den rest werde ich auf die anderen altcoins verteilen und damit hat sich das dann für mich auch erledigt was bitcoin cash angeht war auf jeden fall schön das mitgemacht zu haben und auch bei bitcoin cash ich sage mal mehr oder weniger geschenke bekommen zu haben dafür dass man bitcoins hält das war eigentlich ziemlich cool weil wenn man mal guckt was der bitcoin preis gemacht hat er hat eigentlich nicht viel gemacht man sieht hier wenn man das hier so auf der kurzen zeit also hier ist jetzt der erste august wenn man das hier sieht das sind jetzt so ein paar tage hier vielleicht eine woche wenn man das hier mal so ein strich hin machen könnte ja haben wir eine kleine unterstützung im aufwärts trend schauen wir mal wo sich der bitcoin hin bewegt auf jeden fall gefällt mir das ganze schon sehr gut weil man hier eben wirklich einfach ja ich sag mal ein kleines geschenk bekommen hat und das heute glaube ich jeden von uns der die bitcoins gehalten hat gut das war es eigentlich zur aufklärung was bitcoin cash besorgen oder darüber verfügen angeht eben mit der wolle zum beispiel oder einfach nur drauf schauen mit dem explorer je nachdem was ihr braucht könnt ihr eins davon benutzen ihr müsst auch nicht elektron cash benutzen ihr wisst auf der hauptseite habt ihr alle möglichen wallets angegeben ihr könnt alles mögliche benutzen ganz klar ohne gewehr ich kann da keine sicherheit dafür geben ich zeige nur wie man es machen könnte gut das war es soweit ich hoffe das video hat euch weitergeholfen wenn ja lasst einen daumen nach oben da wenn ihr noch fragen habt schreibt es einfach unten in die kommentare rein und wenn er keine videos mehr von mir verpassen wollt abonniert mich einfach lassen abo da und dann sehen wir uns beim nächsten video ok leute ich wünsche euch was ciao